hallo und schönen guten tag ihr seht hier meinen verspäteten osterhasen ein victorinox alox limited edition 2015 und das möchte ich euch jetzt mal zeigen man kennt sie ja die limitierte edition in stahlblau hier ist das gute stück ganz tolles teil ich habe die beiden anderen ja auch wunderschönes messer 2015 das klassische alox sd mit einer kleinen klinge einem nagelwerkzeug mit kleinen schraubendreher und die kleine aber taugliche schere ein sehr schönes modell das mit dieser stahlblauen farbe ganz toll rüberkommt ein sehr gut gemachtes kleines werkzeug und ich dachte schon der osterhase hätte nicht vergessen ja das wäre es eigentlich schon gewesen mein osterhase 2016 ist das alox classic limited edition von 2015 jo das wärs mal wieder bis zum nächsten mal dennne tschüss tschüss